Okay, danke für die Info und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Moment. Moment. Meint er die da? Der hat sogar noch Vorräte. Direkt gesneakt. also hier ist nix my friend also Masako was möchtest du von uns denn heute haben wir eine Masako Tour ok mit dem Typen da reden kein Problem Jun-Chin schön euch zu sehen ebenso Fürst Sakai Fürstin Masako und ich suche nach Kachivara ihr wisst wo er sich aufhält sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge ich fürchte um sein Leben wenn sie ihn findet Masako hat gute Gründe zu glauben er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert das würde er nie tun er ist ein bescheidener Fischer ein liebender Ehemann und Vater ich fürchte sie ist blind vor Zorn Jun-Chin ich muss mit ihm reden solange ihr es beim reden belast nehmt die Straße von hier zur Küste Kachivaras Hütte liegt am Strand und wir nehmen die Straße zur Küste danke für eure Hilfe Mensch Friede sei mit euch Fürstin Masako was habt ihr bitte zu Jun-Chin anderes gesagt als ich hört mir nicht mal zu als würde man mit einem Stein reden ich glaube er hat Angst vor euch Angst warum ihr seid mitunter etwas einschüchtert in unserer Welt ist das nichts Schlechtes wir jagen einen grausamen bösen Mann er war ein Mann unseres Clans zuverlässig und geschickt aber aufbrausend wir entschuldigten sein Verhalten bis ich ihn dabei erwischte wie er Frau und Tochter verkrügelte der Feigling schlägt die eigene Familie da verbannte ich ihn auf der Stelle ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück es ist nicht immer einfach man möchte glauben sie ändern sich der Weg müsste zum Strand führen ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht wir müssen uns vorsichtig nähern ich will Kachivaras Familie nicht gefährden das muss Kachivaras Fischehütte sein die Mongolen waren da vielleicht sind er und seine Familie bereits tot sie könnten noch am Leben sein gehen wir gucken wir mal was da noch geht wer stellt sich mir zuerst ich hab grad Bock ja geil ja geil Reaktionszahl gleich Null ich hab mich documents auch einen auch einen da lern Oh, oh. Oh Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kachivaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachivaras Leiche? Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachivara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Natürlich, so machen das die Besten, ne? Die besten Feiglinge. Wir sind da komplett lost. Aber komplett. Weil... Aha. Okay. Hier... Gehen ja Fußspuren weg. Ich check's gerade nicht. Also es ist das erste Mal, dass ich die Spuren hier nicht lesen kann. Zumal wir hier wieder... Ah, haben sie es upgedatet. Wäre auf jeden Fall nice. Weißt du, als ich es gespielt hatte, waren die Fußspuren nicht da. Außer es ist nur beim Pferd ein Grafik-Bug, dann... Oder einfach nicht einprogrammiert, dann... ...hab ich den Fehler entdeckt. Ansonsten... Gute Arbeit, dass ihr das wieder behoben habt. Ich check's einfach nicht. Ich komm nicht drauf klar. Ich mach jetzt mal rein aus Instinkt heraus. Okay. Wenn ich jetzt das hier mache... Funktioniert auch nicht. Unsere Aufgabe ist was... Ach, das Haus noch weiter untersuchen. Oh Gott, bin ich dumm. Die Fußspuren können noch gar nicht da sein. Ach, auf einmal. Auf einmal sind die Fußspuren hier. Ach, da ist er. Der ist unbedeutend, den hab ich übersehen. Ein Mongolenangriff. Meine Frau und Tochter. Schweigt, Schlange. Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr Krankes. Schön. Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hat persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Wir haben noch in Toyotama zu tun. Ich finde euch, wenn ich mehr weiß. Danke für eure Hilfe, Jin. Sehr gut, Kage. Kage. Das wär's. Teilt man der Bild halt. Sehr schön. Hallo. Äh, nein. Eigentlich möchte ich hier lediglich zur nächsten Massacore-Aufgabe, die Tira hier ist. Neben dem Gehöft. So. Einfach nach unten, ne? Jetzt wird's lustig. Was kommt als nächstes, Massacore? Moment, was ist das? Böller. Ah ja. Ah ja. Oh ja, ich bin sicher schon durch. Nein, noch lange nicht. Hier rechts abbiegen. Irgendwo sollte sie sein. Brauche ich noch ein Glöckchen? Nein. Oh. Ah, da oben. Warum? Und was ging es denn? Fürstin Massacore sucht jemanden. Sie ist der Bost, weil ich nichts wusste. Wie ihr mit Kashivara dem Fischer geholfen habt. Habt ihr ihn je gefunden? Ja, nachdem er Frau und Tochter getötet hatte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine Freundin mag hart sein, aber sie sagt die Wahrheit. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, wen sie sucht. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. So muss das. Die Dieben. Die Dieben. Na und jetzt zum Massacore. Links in Richtung Brücke. Begleitet von Bewaffneten. Danke. Das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schwein. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Hm? Hier! Wer ist diese Dieben? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor drei Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stählen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Da ist sie ja. Bei den Söldnern. Nähern wir uns. Leise. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein. Er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen. Sonst tun sie ihr etwas. Vorsicht. Ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Ihr verratet uns noch. Mal sehen. War er das? Ja. Niemand. Kann gar nicht sein. Ich war schneller als der Schatten. Mann. Wie tötet ich die? Muss ich den erst noch folgen? Oh. Uff. Ich war schneller als die. Ey. Ohne Scheiß. Am liebsten würde ich wirklich gleich drücken. Problem eben. Die entdecken sofort, wenn ich ihn töte. Bin sowas von dumm. Nein, nein. Ach so. Ach so. Ach was. Ich bin sowas von dem Teehaus. Und sie verliebten sich sofort ineinander. Ihr verratet uns noch. Uah. Oh. 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 Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich unter einer Glocke. Doch sie war schlau und legte Feuer um die Glocke herum, die so dann schmolz und den Mönch da rinnt. Ihr Scheißernst? Ne. Was für Dullis, ey. Ja, jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. Geil. Dreckssäche. Warum darf ich das Ziel nicht alarmieren? Aber es hat so schön gepasst, ne? Aber nein. 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 Wir wissen nicht. Jetzt permissions. Eins. Vielen. amt. Ha. Und sie verliebten sich sofort ineinander. Soviel dazu, jetzt sind wir wieder am selben Ort. Zurück. 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 ein Satz mit X war wohl nix, meine Freundin, na? So gar nicht. Mal sterben, bitte. Bitte, bitte, bitte. Geh mal. Acht Vorräte hier. Was willst du? Ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr starrt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich... ...verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr, eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für ein Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine Einzige. Bisher die Einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke. Dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Er wollte diesen Säldnern, euren Kamm, verkaufen? Um eure Erbstücke zu schützen. Als ich erfuhr, dass ihr noch lebt, wollte ich sie zurückgeben. Ich wusste nur nicht, wie. Verhaltet sie, komm. Flöte der Adachi-Familie. Eine alte Bambusflöte mit der Fürsten Massaker mit ihren Enkeln. Den Wechsel der Jahreszeiten zu fahren pflegte. Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Jin. Nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf. Ich habe mich über die Aufmerksamkeit. Und ich habe es gut in die Weise. Goddinlich, dass ich sie nicht mehr ihre Strecke. Ich habe sie gehört. Lass mal Geschenke abholen. Und wie sollen wir sie aufsuchen, wenn sie nicht da ist? Du mit. Kuh, äh. Runenkleidung, yay. Gefällt mir. Dann nennen wir die Runenrüstung einmal hoch. Ja, ich weiß nicht, wir müssen uns dann wieder neu einkleiden, aber egal. Er wird die Geschenke abholen, beim Einlegen nach. Aber ich seh mich nicht. Wieder mal. Ich seh mich nur verschwommen. Ah, ja, jetzt plötzlich. Sack, Gesicht. Nee, nee, Runenkleidung. So. Wie sieht das dann später? Hallo? Wo bin ich? Also, das Gewand und so finde ich cool. Aber oben der Kopf ist das hässlich. Ei, 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 ei. Ja, ich geb mir, ich geb auch mich acht. Tja, das heißt, im nächsten Part kommt nur noch einmal Juna. Also, ich weiß nicht, wie viel Juna man kriegt im nächsten Part, aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Und deswegen... Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn's dann wieder heißt. Ghost of Tsushima. Tölle.